Hey Leute, willkommen zurück zu Dino Crisis Teil 2. Weiter geht's. Wir haben rausgefunden, dass das hier alles eine Zeitoperation ist und Dylan schon mal hier war. Und jetzt ist er ein alternder General gewesen im Jahr 2055. Alles ein bisschen verwirrend, aber ihr versteht sicher, wenn ihr es nochmal seht. Oder nicht. You turned it on. Not now! Nei! Oh ne, jetzt kommt dieser Gigantosaurus wieder. Geh weg! Oh gut, er haut die Brücke kaputt. Das ist ja schön. Alter, alter Schwede. Lass mich raten, ich muss daneben hin. Steht er mal auf, Dylan, Mensch! Ach, schön. Ich sag ja, lass mich raten, ich muss ja in diese Tournament. Terminal Mandels. Hilfe! Emergency Control Terminal, bla bla bla. Ja. Kommunikation Line ist jetzt verbunden. Da sind noch Zeit, dass ich sowas durchzulesen. Das glaube ich nicht. Au! Du Arschgesicht. Der hat wirklich ein Arschgesicht. Guck euch den mal an! Sag mal, kannst du mal... Sag mal, ja, ja, ja. Das ist voll der Drecksheld-Dino. Ja, komm. Äh, ich muss die Kommunikationslinien öffnen und dann Ziel setzen. Ja, ja. Das kann ich jetzt noch nicht tun, wie es scheint. Alter, schön. Willst du mich verarschen? Der lässt mich nicht mehr weg, Leute. Habt ihr das gesehen? Oh ne, geh weg. Du kannst nicht so schnell sein bei der Masse. So, da zählen wir doch... Jo, 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 mhm. Mh, mh. Dickerchen, hör mal auf jetzt. Dreck viel. Bäh. Ja, ja. Alter, ich seh halt nichts. Kannst du mal aufhören? Mach mal, eines Teil. Target ist set. Ja, dankeschön. Darf ich jetzt laufen? Nein. Alter. Alter. Du scheiß Dino! Das gibt's doch gar nicht. Guck mal, ich hab gleich keine Heilung mehr. Dann bin ich tot, ne? Dann bin ich tot. Geh weg. Geh weg, du Stinker. Alter. Wie soll ich denn das machen? Er tut mich. Geh weg jetzt. Oh, der Stinker. Jetzt schreit er wieder und ich falle um wahrscheinlich, ne? Das kann Dylan so gut. Okay, das war's? Mit dem Dino? Cool. Wie soll ich das machen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Paula! 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 Dylan, was are we going to do? If we don't go now, we'll never get back! Regina, the gate is open. I know you don't want to, but you have to go back by yourself. I won't leave, Paula. Are you crazy? Just go, please! You have the third energy data, right? When you get back to our original time, use the data to learn about third energy. Then build a perfect gate, and come pick us up for the last time. I... Dylan. I will. I promise. Five, four, ten, seconds. Don't forget, you still own me. Well, then, you better get back quick. Papa! Na, ob sie's geschafft hat. Na gut. Ja, dann war's das wohl doch schon mit Dino Crisis. War recht kurz, ne? Kurzes Spiel, aber ganz lustig. Naja. Teilweise ganz lustig. Gut, ist ein kurzer Part geworden. Aber ich hab auch wieder Platz gebraucht für ein neues Let's Play, das da bald kommen wird. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, uah, die nächste Woche geht's los, Leute, mit Bloodborne. Ich freu mich schon drauf. Ich will nicht viel Wort zu verlieren, außer, ja, war nicht. Was für's mit? Ich bin ein kleiner Hafen. Mehr muss es ja auch nicht sein. Gut, liebe Leute, ich danke euch schon mal für die ganze Unterstützung, Likes und Kommissare und sage, bis zum nächsten Mal. Bis zum anderen Projekt. Ich bin der Brugger. Ausweilen. Tschüss, tschüss. Ausweilen. Ausweilen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018